Ich mach Intro, ne? Ja, ja. Hallihallo ihr Lieben, es ist wieder Freitag, es ist mitten im März und es ist Disco-Volks-Zeit. Heute Folge 103 an der Zahl und die, die uns auf Social Media folgen, die wissen, heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir gehen ein letztes Mal mit unserem wunderbaren Freitags-Podcast Disco-Vöx auf die Sendung. Ja, euch erwarten heute springende Tiger durch brennende Reifen und Wort-Jonglage at its best. Zersägte Jungfrauen, jagen Elefanten durch die Manege. Sowas von. Nee, ein allerallerletztes Mal sage ich auf jeden Fall, mir zugeschaltet ist wieder einmal der atemberaubend schön aussehende und anmutende Johannes mit seinen zwei Mittelfingern in meine Richtung. Johannes, wie geht es dir? Ja, nach dem Kompliment schon viel weniger Scheiße als noch vor einer halben Stunde. Siehste, dafür hat es sich doch schon gelohnt. Ganz genau, ganz genau. Nee, ähm, soweit ganz gut. Wie gesagt, letzte Folge, so ein bisschen Wehmut schwingt mit. Bei mir gar nicht. Ja, ich meine, vielleicht sollte ich jetzt direkt einfach die Bombe platzen lassen. Das ist einfach so, Ed House ist bezahlt. Warum? Dazu später mehr. Und das ist jetzt halt vorbei mit der harten Arbeit, ne? Bevor wir in Erklärungen kommen, wollen wir natürlich so... Wir werden so wie Siegfried und Roy, wir leben irgendwann nur noch von unserem Beruf. Wir haben auch keinen Sex mehr, das ist das Hauptproblem, ne? Dass wir einfach, äh, wir haben uns auseinandergelebt, Johannes. Ja, ja gut, dann, dann irgendwann hast du, hast du als älteres, schwules Zauberer-Ehepaar... Ja. Wie soll ich sagen? Also, wenn ältere, schwule Zauberer sich beim Sex miteinander schon langweilen, dann, ja gut, dann muss halt... Also, ich meine, wo ist denn da noch der letzte Kink? Das ist natürlich der weiße Tiger. Kein Wunder, wenn nicht das dann mal ein halbes Gesicht kostet. Da ist der Zauber weg. Genau, das ist der Zauber. Nein, bevor wir in Erklärungen kommen und so, also wir werden jetzt hier nicht eine riesen Gala feiern und so, das ist aber unseren treuen Hörerinnen und Hörern eh klar. Wir wollen uns auf jeden Fall, bevor wir so ein bisschen in die Folge heute einsteigen, wollen wir uns auf jeden Fall einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben ja bereits, für die, die jetzt überrascht sind, worüber wir reden, wir haben auf Social Media vergangene Woche bereits die Bombe platzen lassen, mitgeteilt, dass das heute unsere letzte Folge sein wird, dass wir Discofex einstellen werden, den wöchentlichen Podcast und da haben uns tatsächlich einige Nachrichten erreicht, was wir natürlich sehr rührend und schön finden von treuen Hörerinnen und Hörern, auch von einer Hörerin, die erst ganz neu eingestiegen ist, ist natürlich ein bisschen doof an der Stelle, aber vielen, vielen Dank dafür, für die netten Worte, die wir bekommen haben, Leute, die uns gedankt haben für die zweiwöchentliche und später wöchentliche Sendung, Leute, die sich bedankt haben, auch Leute, die sich Sorgen gemacht haben, warum wir aufhören, also eigentlich so ein bunter Strauß an Reaktionen. Gut, man muss aber dazu sagen, eigentlich ist halt ja die Standard-Mail nach jeder Discofex-Folge gewesen, so mit, Jungs, ich habe Fragen. Ja, das stimmt. Die hatten wir eigentlich immer. Diesmal waren die Fragen aber übersichtlicher. Es kamen auch gar keine Fragen zum Schnabeligel, interessanterweise, weil wir in der letzten Folge einfach nicht darüber gesprochen haben. Insofern, das hat er nicht verwundert, aber, also wirklich ein ernst gemeintes Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr so regelmäßig da Anteil nehmt und es tut uns natürlich jetzt schon mal total leid für all diejenigen, die jetzt freitags zitternd nachts um 0 Uhr vor ihrem Empfangsgerät sitzen und sagen, wo ist mein Podcast? Aber auch dazu später noch ein bisschen mehr. Ja, freitags, freitags kommt jetzt aber einfach viel besseres Zeug im Fernsehen abends. Ja. Ja. Man muss halt auch Prioritäten setzen. Apropos Fernsehen, es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, also ich mache jetzt mal noch ein kleines bisschen Service hier im Podcast. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, liebe KabelempfängerInnen da draußen, wenn ihr wie ich zur Miete wohnt und ihr habt einen Kabelanschluss, dann habt ihr bislang vielleicht Kabelfernsehen über die Nebenkostenabrechnung bezahlt. Das endet im Juni. Alarm, Alarm, Alarm. Und wenn ihr dann, wie ich, darauf reagiert und holt euch endlich mal so Bezahlfernsehen mit so einer Box nach Hause, ey, ihr kommt ja gar nicht mehr von der Glotze weg. Das ist jetzt, jetzt habe ich alle Streaming-Anbieter und kann meinen Fernsehen recorden und pausieren. Ey, ich sitze quasi jetzt mittlerweile nur noch 16 Stunden am Tag vorm Fernseher, fahre ab und zu in Auftrittsspielen, dann komme ich schnell wieder zurück und gucke auf dieser Box alle Sendungen, die ich dann an dem Wochenende aufgezeichnet habe, damit ich nicht in irgendeine bezahlte Mediathek gehen muss. Das ist mega geil und das wird euch natürlich auch noch treffen. Also ab Juni hätten wir hier sowieso alleine gesessen freitags, bin ich fest von überzeugt. Naja, dann wäre die Disco-Volks-Army komplett beim Fest der tausend Lichter. Genau da. Komplett abgestürzt. Fest der tausend Arschgesichter. Fest der tausend, genau, Fest der tausend Hackfressen. Fest der tausend Mozzarella's, ich weiß es nicht. Also, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Sachen hier abzuarbeiten. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Durch die Streber. Nein, das ist einfach nur noch aufgelaufen. Das ist auch nicht so viel, wie man denkt. Ich schaue nochmal gerade noch schnell rein, weil es sind noch zwei, drei Sachen, die ich auf jeden Fall nachliefern wollte. Denn eine Sache ist natürlich ganz klar. Eine Sache hat mich erreicht, die ich nicht unkommentiert stehen lassen kann. Wo habe ich es denn hingepackt? So, Moment, Moment. Hat der Wendler sich gemeldet? Genau. Da fangen wir jetzt erstmal an. Wir haben es leider nicht geschafft, dafür einen eigenen Bumper zu bauen, aber wir hatten ja hier in einigen Folgen sehr intensiv über Michael Wendler, Michael Wendlers mentale Gesundheit, seine Beziehung, seine Vaterschaft und zuletzt seine Kunst gesprochen. Moment, ist seine Beziehung nicht seine Vaterschaft? Die Beziehung und Vaterschaft ist ja, ich sag mal, da ist er gehopst wie gesprungen bei ihm, ne? Okay. Nein, es ging darum, dass er im März sein neues Album droppt. Da haben wir hier sehr ausführlich drüber gesprochen. Und wir bereuen, also das ist für mich der traurigste Punkt am Zeitpunkt des Endes dieses Podcasts, denn ich hätte natürlich noch sehr, sehr gerne mit euch in wochenlanger Feinstarbeit das Michael Wendler Album rezensiert. Vielleicht reiche ich das noch irgendwann über Social Media, je nachdem wie schlimm das Album wird. Ich habe auf jeden Fall noch eine Sache nachzureichen, denn der Wendler hat einen richtig guten Post abgesetzt. Den möchte ich jetzt natürlich hier als der deutsche Pressesprecher von Michael Wendler, möchte ich den gerne zum Besten geben. Ist schon ein paar Tage alt, aber ihr werdet es wahrscheinlich nicht alle mitbekommen haben. 2. März kam diese Mitteilung auf einem Social Media Profil von Michael Wendler. Und die Überschrift von Michael selber, also der ganze Text, den ich jetzt verlese, ist von Michael selber, lautet RTL stalkt mich dreist. Vor drei Tagen stand Lukas Wolfe, RTL mit Kameramann, unangemeldet vor unserer Haustür, in Klammern, das füge ich jetzt hinzu, in den USA. Ich und meine Familie war nicht zu Hause, aber mein Überwachungssystem hat diesen dreisten Besuch aufgezeichnet. Ich stehe ja auch nicht einfach unangemeldet vor der Haustüre der Senderchefin. Ich stehe immer für seriöse und faire Interviews zur Verfügung, aber von groß geschrieben, Seriösität ist RTL zur Zeit mutmaßlich meilenweit entfernt. Warum mutmaßlich? RTL war noch immer weilenweit entfernt von Seriösität. Oh nein, oh nein, die Bild-Zeitung schreibt schlecht über mich. Was für in die Richtung geht es ja jetzt? Ich stehe ja für seriösen Journalismus, aber die Bild-Zeitung ist wohl wahr, auf dem besten Weg ein Boulevardblatt zu werden. Pass auf, es gab weder eine Interviewanfrage noch Kenntnis der Thematik. Diese Überfallpolitik ist grenzwertig. Ich gehe sogar davon aus, dass RTL nicht einmal eine Drehgenehmigung für die USA hatte und somit völlig illegal produziert hat oder es wollte. Jetzt wird es noch schlimmer. Absurd ist auch, dass der Sender RTL sich gegen Diskriminierung ausspricht, aber seit Oktober 2020 genau das Gegenteil mit mir macht. Unfassbar menschenverachtend hat mich RTL ab der zweiten Folge aus DSDS herausgepixelt und später sogar aus allen Formaten gelöscht. Ohne Aussprache und juristischen Hintergrund. Der 1A 8-Bit-Style fand ich total super. Geil, oder? Er hatte sowas von Super Mario auf dem Nintendo 64, nur als Wendler. Ich find's total gut. Der Sender RTL hat mich in den letzten Jahren aufs Übelste diskreditiert und Rufmord verübt, nur weil ich die Meinungsfreiheit und unsere Grundrechte verteidigt habe. Es wird höchste Zeit für eine Aufarbeitung. Ich bin bereit, aber bitte mit Terminabsprache. Soweit also der Wendler in seinem letzten Statement zu dieser wirklich krassen Thematik. Kurz hinterhergeschoben sei allerdings, wenn ihr den Wendler dazu befragen wollt, lade ich euch herzlich ein. Am 6.9. ist er in Concert in der Arena Oberhausen. Wie er das genau bewerkstelligt, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall Tickets. Ich packe den Link auf jeden Fall mal in die Shownotes. Da könnt ihr euch gerne Tickets für die Wendler-Show besorgen. Darf der nach Europa rein? Ja, das überrascht mich auch. Das Album kommt auf jeden Fall und es gibt tatsächlich Konzertdaten in Deutschland. Naja, okay. Vielleicht hat er aber auch einen dicken Vorschuss von der Plattenfirma bekommen, der seine Steuerschulden in Dienstlaken tilgt. Weil die genau wissen, wenn sie den rauslassen, dann wird der so viel Cash machen. Und vielleicht hat er sich einfach auf einen Deal eingelassen und gesagt, ja, mega geil. Zahlen die meine Steuerschulden. Dann habe ich zwar bei dem Konzert nichts verdient, bin aber danach schuldenfrei. Und kann dann wieder endlich anfangen, Geld zu verdienen. Und ich persönlich freue mich schon sehr auf viele Discofox-tanzende Menschen, die endlich zu neuer Musik vom Wendler richtig Gas geben. Wie stelle ich mir denn ein Wendler-Konzert in so einer Arena vor? Weil eigentlich funktioniert ja so ein Wendler-Konzert nur mit Discofox. jetzt, wie ist das, dann hauen die da quasi im Centerfield eine große Tanzfläche hin. Und da dürfen dann nur, gibt es dann endlich das von uns so oft herbeigewünschte Fox-Pit anstatt dem Mosh-Pit? Wo die Paare, wo die Wendler-Hardcores, also quasi, die lassen vor der Arena, lassen die aus einer PA schon mal, sagen wir mal, Andrea Berg laufen. Und die härtesten Fox-Paare, die dann schon vor der Arena zeigen, dass sie richtige Discofoxer sind, die werden dann ins Fox-Pit gelassen. Und da geht es dann richtig ab. Du musst ein, zwei Tage vorher anreisen und dir einen Platz vorne in der Schlange suchen. Wenn dann die Gates öffnen, dann rennen die so schnell wie möglich nach vorne in diesen Border-Bereich. Und tanzen schnell Fox. Und da ist aber extra ein Tanzboden gelegt. Da ist vorher so jemand mit so einem Streupulver nochmal drüber gegangen, damit die Leute da nicht ausrutschen. Und dann siehst du ganz viele Kurzhaar-Kanarien-Vogelfrisur-Frauen mit Lederjacken, mit schwarzen Lederjacken. Du meinst den amerikanischen Karen-Schnitt, Hitler in the front, Hedgehog in the back. Also vorne Hitler, hinten Igel. Genau, davon siehst du ganz viele. Den Inka-Bausen im Camp David-Hemden oder wahlweise Philipp Plein-Sackos oder sowas. Und die rennen dann um die Wette und sichern sich einen Platz auf diesem frisch eingestreuten Tanzparkett. Und dann sind die da erstmal das Center. Und wenn die da sind, behaupten die den Platz für sich. Da fauchen sich auch mal Leute an gegenseitig, wenn dann irgendwie so eine Uschi ein bisschen näher kommt. Damit man den Platz verteidigt. Und dann legt der Wendler los und du hast dann quasi in dem Center den Foxpit. Und drumherum stehen teils neidische Paare, die sich darüber ärgern. Weißt du, das sind dann so Monikas die ganze Zeit zu ihrem Herbert sagen, ich hab dir gesagt, wir sind zu spät losgefahren. Aber du musstest ja unbedingt noch bei der Schwiegermutter vorbei. Ich find das nicht gut. Beim nächsten Mal machen wir das nicht mehr. Da fahr ich alleine mit der Osel. Mit der wär man nämlich gestern schon hingewiesen. Gestern hätten wir uns nämlich mit dem ganzen Saufziegen-Kegel-Club, hätten wir uns nämlich hier ein Hotel genommen. Da hätten wir gestern Abend schon schön Klopfer getrunken. Ja, Klopfer. Und uns die Eisendeckel auf die Nasen geklemmt, so witzig. So Leute hast du dann. Und ganz außen stehen Leute, die aus anderen Gründen Wendler und Schlager gut finden. Da stehen halt so ein paar... Wo stehen denn die Corona-leugnenden Nazis? Die sind so am Rand. Weißt du, da wo das Licht langsam... Die machen Security. Genau. Genau, das sind die Pegida-Leute. Die machen Security. Die haben so T-Shirts an, wo riesengroß Security draufsteht. Und wenn die Bullen kommen und wollen halt mal so Dienstausweis sehen, sagen die, nein, wir gehen hier nur spazieren. Wir passen hier gar nicht auf. Genau so stehe ich mir das vor. Wir dürfen hier doch spazieren gehen. Wollen Sie meinen echten Ausweis oder meinen wirklichen Ausweis? Hier, ich habe mir da was geschnitten, aus einer alten Pop-Verpackung, meinen Reichsbürger-Ausweis gestanzt. Genau, die machen da Security, Tontechnik und den Merch-Stand. Genauso stelle ich mir das eigentlich vor. Und nach dem Konzert kommt Michael an den Merch-Stand und verteilt die Kramme. Und unterschreibt mit Blut. Und unterschreibt mit Blut und hält zwischendurch noch ein paar Vorträge darüber, wie sehr er sich für die Meinungsfreiheit und die Wahrheit einsetzt. Naja gut, er ist ja jetzt strategisch sinnvoll unterwegs. Ich denke, die nächste Kanzlerkandidatur, die ist ja nicht mehr weit weg. Vielleicht kommt er auch deshalb zurück, also ich glaube, der will jetzt reinen Tisch machen und er weiß genau, wir haben bald... Ich denke, dass die freien Wähler auch da wirklich offen sind. Ey, ich sag dir... Solange du keinen Bruder hast, der als Kind Nazi-Zeug in der Schule verteilt hat... Du freut nur den Bruder... Weißt du, solange du keinen Bruder hast, der irgendwie als Kind Nazi-Zeug in der Schule verteilt hat, solange bist du bei den freien Wählern auf jeden Fall als Kanzlerkandidat völlig willkommen, weil gebranntes Kind scheut das Feuer, Herr Aiwanger. Ich sag dir, der kommt zurück und du wirst sehen, also erstmal eine gute Nachricht, der Wendler hat nur noch eine Schwester, die ist älter als er und heißt Bettina Skowronek. Kein Scheiß jetzt. Moment, 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 Moment. Wir wollen uns ja jetzt in unserer letzten Folge über osteuropäischen Namen lustig machen. Doch. Na gut. Ja, ist lustig. Okay, ich gebe zu. Ach, der Wendler hat eine Schwester, die Bettina Skowronek heißt. Moment, die hat aber dann, die hat geheiratet, die ist geborene Wendler. Ja, natürlich, das kannst du dir nicht ausdenken, das kannst du dir nicht. Ich dachte jetzt auch so irgendwie, der Vater war Tracker. Nein, 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 oh, 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 Moment. Jetzt kommen wir, jetzt sieht man mal, wie schlecht wir vor... Johannes, halt dich fest, ich habe jetzt endlich mal für die letzte Folge das einzig Richtige gemacht. Du hast Google angemacht. Mein Wikipedia-Beitrag von Michael Wendler geöffnet und jetzt halt dich fest. Michael Wendler, 22. Juni 1972 in Dienstlaken, auch Mick Scovy, bürgerlich Michael Norberg, geborener Skowronek. Das heißt, Moment, Wendler ist ein Künstlername. Jo. Jetzt habe ich Fragen. Ja, auf jeden Fall. Also wie kannst du denn dir so einen einfallslosen Künstlername zulegen? Philipp, ganz, ganz spontan, ja? Ich meine, du hast ja jetzt deinen Realnamen als Künstlername. So transparent dürfen wir ja sein, ne? Ja. Was wäre denn, was wäre dein Künstlername? Ich würde mal sagen, Vorname amerikanisch, Nachname südamerikanisch oder italienisch. Mein Künstlername. Kann ich sofort. Luke Venturi. Ja, sowas. Wobei, sie sind ja noch ein Ace Ventura. Na gut, dann sage ich mal... Max Pagani. Oder auch, ähm, wie wäre es mit, äh, Sekunde, Steve Dillacruz. Das finde ich super. Das klingt richtig gut. So, aber nein, der feine Herr nennt sich Michael Wendler. Ja, also ich lese hier, ich lese hier ein bisschen quer, es ist schon interessant. Der ist also als Michael Skowronek geboren, hatte sich dann schon in seinen Anfangstagen... Skowronek ist eigentlich ein Trierer Beleidigung. Jetzt hat er sich dann zu Beginn seiner Karriere Mick, M-I-C genannt, ne? Also Mick Skowvey, in der Hoffnung, dass das irgendwie cool ist, hat aber wohl nicht funktioniert, hat sich dann aber noch nicht Wendler genannt, sondern hat dann eine Frau namens Norberg geheiratet. Ja. Und erst dann kam irgendwann die Idee, unter dem Pseudonym Michael Wendler unterwegs zu sein. Also... Krass, ne? Na gut, die Herkunft erklärt ein bisschen den Kleidungsstil, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall, es erklärt sehr, sehr, sehr vieles. Aber wir sind völlig abgetrifft, da wollte ich gar nicht hin. Auf jeden Fall, wie sind wir darauf gekommen? Weil du dachtest, er hat keinen Bruder. Ich sage, ich behaupte jetzt hier, in der letzten Folge DiscoFlex behaupte ich, Ende März kommt das Album von Michael Wendler. Mitte April bis Anfang Mai gibt er seine Kandidatur für die nächsten Bundestagswahlen, entweder für die Werteunion oder für die Freien Wählerbekannten. Gut, bin ich dabei. Thema Wechsel, ich reite dich jetzt rein, weil wo wir schon mal beim Thema DiscoFox sind. Ich habe gehört, du warst in der Bumsbude letztes Wochenende und du warst... Das hat dir der Teufel gesagt! Das hat dir der Teufel gesagt! Ja, der Teufel hat mir gesagt, du warst in der Bumsbude. Du hast mit Blut beim Teufel unterschrieben und hast dich wieder hingewagt. Und ich muss natürlich jetzt brühwarm, ähm, ja gut, wir sind in der letzten Folge, vielleicht kann man ein bisschen ausweiten. Ey, wie weit, äh, wie weit, ähm, wie brühwarm du mir berichten kannst, wie schlimm es da war? Hölle! Also, sprich, wir reden von DiscoFox-Tanzern, waren Kamasutra-DiscoFoxer da? Also kann man, vielleicht muss man kurz erklären. Kamasutra-DiscoFoxer sind ja die, die sich auch beim Tanzen so hinter Brücken halten und dann nochmal, also die so, die so, ähm, die ganzen abgefahrenen Sachen machen und die sich dann auch immer dabei umgucken, ob die anderen so zugucken, wie gut die grad DiscoFox tanzen. Dabei, ähm, schauende gab es, aber es war relativ gedingend. Es war aber auch sehr voll und es waren wieder absurd viele Leute da, die, ähm, Ehebruch begangen haben. Die DiscoFox-Grundschritt beherrschen, also nicht diese abgefahrenen Sachen, sondern immer nur Schritt, Schritt, Step, Schritt, 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 oder sehr gerne genommen, Schritt, Schritt, Step, Pause, Schritt, Schritt, Step, Pause, ist noch viel lustiger. Ähm, also bin ich jetzt schon überfordert mit. Ja, es sind halt diese, okay, aber wenn du es siehst, dann weißt du es. Also die halt nicht dann irgendwie so öffnen und drehen und hast du nicht gesehen, sondern einfach nur stupide diesen Grundschritt dauernd durchziehen, aber dann komplette Tanzrunden, 60 Minuten am Stück auf der Tanzfläche sind und ein DiscoFox nach dem anderen durchtanzen und du hast der Ironman, das ist der DiscoFox Ironman, ist nämlich 60 Minuten tanzen, dann drei Bier, dann zwei Spiegeleier, dann wieder 60 Minuten tanzen, drei Bier, zwei Spiegeleier, ist der Disco, ist der Bumsboden Ironman. Oder Gulaschsuppe. Freitags gibt es Gulaschsuppe, Samstag Spiegeleier. Sehr gut. Ja, da hat sich nichts geändert, kann ich berichten. Es waren wieder sehr viel streng schauende Herren auf der Tanzfläche, die sehr konzentriert aussahen, aber jeden Andrea Berg-Text auswendig mitsehen konnten. Besser als ich definitiv. Haben die dich korrigiert? Nee, die waren ja mit sich selbst beschäftigt, aber ich war teilweise irritiert, dass die was anderes gesungen haben als ich und dann habe ich auf meinen Textmonitor geschaut und gesehen, ach, die haben recht, das ist durchaus passiert. Im Inselparabunderland. Ja, ja, so ungefähr. Also schon sehr, sehr textsicher. Zwischendurch kamen wieder wie früher, eh und je, so ab einer gewissen Uhrzeit aus der Disco so verlaufende Jungsgruppen mit einem Motto-Shirt, total besoffen, die dann sagten, wir gehen jetzt mal und stressen. Also Milf Hunter. Nee, die waren so jung, die waren wirklich nur da, um uns zu provozieren. Also die sind einfach nur an die Bühne, haben dich dann wieder, das kennst du auch noch von früher. Also Band-Ärgern. Wenn die sich so mit dem Bauch direkt vorne vor die Bühne stellen und dich einfach nur die ganze Zeit mit ihrem Kyle Pirinia in der Hand angucken und so provozieren wollen. Aber eigentlich finden sie es auch ein bisschen geil und warten auf Cordula Grün. Du hast doch mal, ich erinnere mich dran, es gab mal eine Situation, die war genau so, die ist fast so eskaliert, dass du einem von denen aufs Maul gehauen hast. Ja, da waren wir ziemlich kurz davor, dich zurückhalten zu müssen. Ja, das stimmt. Und da hast du nicht, da hast du nicht so. Dieses Mal hätte ich eher anderen Leuten aufs Maul hauen können, aber dann wäre der Gig zu Ende gewesen. Okay, verstehe. Nun ja, was soll ich sagen? Ich möchte ja jetzt die Diskretion des Ladens jetzt auch nicht zu arg. Ja, genau. Ich sage mal so, ich weiß. Du wirst aber noch öfter da sein, oder? Ja, ich fürchte schon. Da sage ich ja auf jeden Fall mal ein herzliches Reinensvergnügen. Und da spricht ja nur der Neid aus dir. Du würdest da auch mal gerne tanzen. Nee, ich würde, ja, also ich sage mal so, ich würde mit Sicherheit die ein oder andere Gage im Moment auch nicht ausschlagen. Aber in der Tat, und da muss ich jetzt kurz mal real talken, würde ich wirklich, gerade wo ich Herzensprojekte abgebe, weil ich das auch nicht mehr schaffe, weiß ich nicht, ob ich mir so eine Scheiße geben kann. Also so, wirklich, du siehst ja die Lebenszeit verrinnen. Ja. Und das ist aber auch, und das ist natürlich ein Problem, und darüber kann man sogar wirklich mehr ernsthaft reden, weil ich finde, das ist ein ganz geiles Thema sogar, pass auf, jetzt ein letztes Aufbäumen. So, nein, aber jetzt nur mal so dieses Ding, wenn du so als, ich würde jetzt mal im positiven Sinne abgewichst, das Wort abgewichst benutzen, so als abgewichster Profimucker. Und damit meine ich ja nicht, dass du in allem der Superkiller bist, sondern einfach nur, dass du sonst keinen Job hast. Genau. So, und du bist ja eigentlich immer, du arbeitest fast immer als Profimucker in Verbindung mit Amateuren. Und auch hier wieder keine Qualitätsangabe, sondern einfach Leute, die unter der Woche noch einen Job haben, und die, da gibt es solche und solche, und alles gut. Gut, auf jeden Fall, jetzt hast du gerade in diesem Segment Bumsbude und Konsorten, sag ich mal, und wir reden jetzt mal von der klassischen Schlager-Disco- bis Tanzcafé-Nummer irgendwie, hast du ja eigentlich nur zwei Typen Musiker. Die einen sind die desillusionierten, dauerschlecht gelaunten, ich bin nur wegen der Kohle hier und sauf mir die Nummer jetzt schön, Typen, die da überhaupt keinen Bock drauf haben und die eigentlich ihre komplette Restlebensenergie darauf verbringen, dem Publikum noch einigermaßen weismachen zu können, dass halt, was sie da gerade tun, noch in irgendeiner Form Spaß macht. Und selbst das glitzernde Ed Hardy-T-Shirt lässt keinen Zweifel offen, dass man eigentlich gerade lieber schlafen oder vom Fernsehen liegen würde. So, und dann hast du die andere Gruppe der Musikanten, die sich in so Etablissements rumtreiben. Und die gehen ja ultra steil, die sind sich selber die besten Kunden, die haben voll Bock auf diese Mucke, die haben voll Bock auf diesen Abend, die gehen da mit richtig guter Laune rein und vor allem, die sind vollkommen, also die sind Fans dieser Musik, sprich, die können dieses Leid, was meiner Meinung nach jeder Mensch, der einigermaßen Druckschrift lesen und schreiben kann, empfindet, wenn er solche Musik spielen muss, die können halt gar nicht nachvollziehen. Und ich meine dann auch gar nicht böse, weil das ist halt außerhalb der Erfahrungswelt von diesen Leuten. Ja. Also jemand, der sagt, ich verstehe jetzt nicht, ey, Helene Fischer ist doch geil, ich verstehe nicht, wieso du keinen Spaß hast, wenn du die Musik von der spielst. Oder, ey, Pur-Party-Mix ist doch der absolute Hammer. Mensch, komm, den spielen wir heute zweimal. Einmal für die Leute und einmal nur für mich. So, und dann hast du halt so die Typen, die in der Pause da sitzen und zu denen du dann sagst, ähm, ja, was spielen wir jetzt in der nächsten Runde? Und die Antwort ist, ist mir scheißegal. So, und jetzt dürft ihr, liebe Disco-Völks-Army, mal dreimal raten, welcher Gruppe Philipp und ich angehören und wer von uns wie gut fähig ist, das noch zu verstecken. Ähm, das erklärt auch einiges, ähm, also ich sprich, und solche Abende haben tatsächlich großen Anteil an Burnout-Syndromen bei Musikern. Das kann man einfach so ansprechen, weil du... Es ist ganz schwer, einem Menschen zu erklären, dass man gerade richtig unter diesem Abend leidet, weil es gibt natürlich Totschlag-Argumente von anderer Seite. Erstes Totschlag-Argument von anderer Seite ist immer, ja, du hättest es ja nicht machen müssen. Ja, wenn ich nichts zu fressen habe, muss ich es halt machen. Korrekt. So, Totschlag-Argument Nummer zwei. Ja, ähm, ist doch immer noch besser, als irgendwie irgendwo auf dem Bau zu schaffen oder sonst was. Und guck mal, du verdienst hier in fünf Stunden oder in sechs Stunden so viel Geld, da gehen ein anderer von mir aus fünf Tage für Buckeln. Ähm, auch da muss ich sagen, es gibt halt feinere und schlichtere Geister. Und wenn du halt, und du kannst als feinerer Geist, kannst du da teilweise nichts dafür. Ich meine, das ist überhaupt nicht Arroganz, sondern ich rede da wirklich von einer gewissen Sensibilität, die so ein Mensch halt hat und mit der er auch geboren ist und die extrem hart getriggert wird in dem Moment, wo du unter dem Schein gerade deinen Traum zu leben als Musiker, nämlich Musik machen zu dürfen, ähm, wo du, wo du, ähm, quasi so dermaßen abgemolken wirst und nicht halt weißt, ähm, ich weiß ja, Nichtmusiker können halt vielleicht, ich versuche halt ein Bild zu schaffen, aber sagen wir mal, du hast, sagen wir mal, du bist Koch und du träumst, du träumst vom ersten Michelin-Stern und du arbeitest da dran, so. Und irgendwann stehst du am Scheideweg und sagst, okay, so. Du hast Scheide gesagt. Okay, gut, ich habe es selber gemerkt. Gut, irgendwann, irgendwann stehst du an der Kreuzung und, ähm, und, äh, stellst dir halt die Frage, okay, ähm, werde ich jetzt die nächsten 20 Jahre, äh, in einer, in einer, in einer billigen WG, in einem billigen WG-Zimmer hausen müssen und so weiter, weil ich halt wirklich nur Bock hab, in den Läden zu kochen, die mich inhaltlich weiterbringen als Koch, damit ich vielleicht irgendwann mal den großen Durchbruch hab, äh, mit dieser Kochkunst. Oder aber, ähm, nehme ich jetzt den Job am Bräter bei Burger King halt an und hab ein zuverlässiges Monatseinkommen. Und, äh, diese, diese Entscheidung zu fällen ist eigentlich für jeden Musiker, ähm, immer wieder eine harte Entscheidung. Und die kostet jedes Mal Nerven, weil egal, in welche Richtung du dich entscheidest, es bleibt immer ein Teil rest, der dir den Vorwurf macht, dass du den anderen Teil hast fallen lassen. Ja, ja und nein. Ich meine, das war jetzt ein sehr, sehr langer, ähm, Scheiß. Sehr, sehr guter Blick. Alles gut. Ähm, ich fürchte, wir müssen noch einmal ganz kurz zwei, drei Sachen erklären, äh, a, um meine Person, b, um die Bumsbude, weil vielleicht ein paar Leute jetzt nicht so genau wissen, wo dein Rant, äh, oder deine Einordnung herkommt. Also für alle, die wirklich gar keine Ahnung haben. Lass uns doch generell einfach über, über Tanzmusik machen reden. Ne, du hast ja das Fass jetzt von der Seite aufgemacht, deswegen muss man das ganz gut erklären. Also die Bumsbude teilen wir, wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, da haben wir früher gemeinsam gespielt. Und, äh, ein Teil, ähm, von Johannes noch nicht, äh, ich würd's noch nicht mal so nennen, aber nennen wir's mal versteckter Kritik an meiner Person, ähm, geht ja hier in eine Richtung, äh, weswegen ich mich kurz rechtfertigen muss, weil einige, viele, alle Punkte, die Johannes gerade gesagt hat, das sind vollkommen richtig. Allerdings tut sich hier vielleicht die Frage auf, warum fährt der Idiot dann da hin? Läuft's nicht mehr bei Philipp? Wohnt er schon wieder in einem WG-Zimmer? Oder ist er kurz davor? Achso, nee, so, so wollte ich halt gar nicht einordnen. Sollen wir jetzt Geld schicken? Also, nein, 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 stopp, stopp, Philipp. Nee, jetzt ganz, ganz ohne, ohne, äh, lustige Ebene dazwischen. Ich wollte halt jetzt gar nicht, war gar nicht so gemeint. Ich wollte das eigentlich für mich selber sagen. Ich weiß, ich sag's ja nur für die Zuhörenden, weil ich glaub, das ist auch als Nichtmusiker, und wir haben ja nun mal viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine MusikerInnen sind, ist das vielleicht noch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also nochmal ganz, ganz grob. Es ist, im Prinzip müssen wir ganz vorne anfangen, ähm, wenn ihr den Podcast hier gehört habt, wisst ihr das schon, wir haben uns sehr früh als musikalische Hyundai's bezeichnet, oder Hyundai's der Musikbranche aus genau diesen Gründen. Denn irgendwann kommt einfach der Punkt, wo, ähm, man aus seinem Hobby den Beruf macht, und dann beginnt halt das, was Johannes gerade treffend mit dem Bild des Kochs gemacht hat. Man kommt also aus einer Leidenschaft in einem Berufsfeld, geht seine Wege, lernt Leute kennen, muss ständig Entscheidungen treffen, die man weiterkommt, nicht hinkommt. Dann hat's auch wieder mit diversen Charakteren zu tun. Manche sind da, ähm, sind da Sicherheitsliebhaber, die gehen der Kohle nach, andere sind totale Idealisten. Manche haben auch einfach den Background, dass sie vielleicht auch ein bisschen freier, ähm, mutiger sein können von Anfang an. Und was Johannes und ich ein Stück weit teilen, ist, dass wir, ähm, immer wieder und, äh, sehr, sehr lange und, äh, eigentlich konsequent auch auf Sicherheit setzen mussten und wollten und gesagt haben, wir machen halt auch Jobs in diesem Bereich Musik, wo man in diesen Kompromiss reinkommt, von dem Johannes gerade sprach, heißt, ich muss mein Geld damit verdienen, deswegen nehme ich die Gelegenheit manchmal wahr, Dinge zu tun und das ist vielleicht auch manchmal nur ein Zeitmoment oder es kann auch eine ganze Karriere sein, wo man sagt, ich mache jetzt vielleicht nicht das, was ich geil finde, aber was mir halt safe die Kohle bringt, um meinen Kühlschrank vollzumachen und meine Miete zu bezahlen und dann wären wir eben in so einem Umfeld als, äh, Disco-Fox-Mucker eben auf diesen Veranstaltungen zu spielen, wo ich sage, ich finde die Musik, ich habe da keinen Zugang zu, ich konsumiere das nicht, mir fällt es sogar schwer, die Leute zu verspielen. Ich sage da einfach, wie die ist, die Musik ist scheiße. Ja, 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 doch, auf jeden Fall. Ja, ist scheiße. Die ist die, die ist scheiße. Trotzdem gibt es ja enorm viele Leute, die das irgendwie gut finden. Ja, aber dazu sage ich dir eins, wurde mir nämlich neulich im privaten Umfeld, als ich meine derzeitige künstlerische Krise mal im privaten Umfeld diskutiert habe, wurde mir da ein sehr schlauer Kalenderspruch auch um die Ohren gehauen, nämlich, äh, Scheiße schmeckt lecker, Millionen Fliegen können sich nicht irren. Ja, 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 das ist ein sehr guter Spruch. Ähm, trotzdem gibt es ja Geld dafür, diese Fliegen zu bedienen. Ja, ja, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe das alles ganz genauso wie du und, ähm, kann da auch offen drüber reden, weil ich finde das auch keine Schande, weil ich habe natürlich genau dieses Gefühl, ich habe mehrere Leute, die mehr... Vielleicht darf ich da noch einmal ganz kurz, sorry. Da ist, da ist noch ein kleiner Fakt, den, äh, Faktor, den ich ganz wichtig finde, der jetzt gerade Sinn macht, nochmal kurz einzuwerfen, weil du hast ja ganz gut eingeordnet. Jetzt stell dir noch Folgendes vor. Du hast entweder eine berufliche Entscheidung getroffen, irgendwas zu tun, einfach nur des Jobs wegen und bist vom Just Bürokaufmann oder bis sonst was. Das heißt, du hast innerlich mit dem Lebenstraum, mit der Berufung entweder abgeschlossen oder lebst die in deiner Freizeit aus. Wenn du jetzt aber deinen Lebenstraum, deine Berufung zum Beruf machst und dieser, und du bist ja ständig dann bei 95 Prozent von diesen Traum erreicht zu haben. Das heißt, das ist so wie die, wie die Wurst an der Angel, die vor deiner Nase die ganze Zeit rumbaumelt und du kommst einfach nicht dahin. Ähm, halte ich manchmal für schwieriger und unangenehmer, als es gleich ganz gelassen zu haben. Also sprich, manchmal würde ich lieber keine Musik machen, als Scheißmusik. Also ich würde mich gerne aus der Tanzmucke raus lindern. Würde ich auch, ganz ehrlich. Das Problem ist, weil dann greift wieder eines der Argumente der anders gearteten Musiker und dann muss ich leider sagen, ja, ich habe jetzt am Wochenende zwölf Stunden mit dieser Musik auf der Bühne gestanden. Freitag von 20 bis 2 Uhr, Samstag von 20 bis 2 Uhr. Ja, ich habe mit Amateuren gespielt. Wir sind uns nicht einig im Umgang mit diesem Beruf. Wir sind uns nicht einig im Umgang mit dem Publikum. Wir sind uns nicht einig mit dem Arbeitsethos und dem Energieaufwand, den man da reinfließen lassen muss. Meine Haltung ist auch eher, lass das doch mit maximal 30 Prozent meiner Energie runterspielen, weil das reicht auf jeden Fall. Weil das Ding ist, als wir das noch zusammen gemacht haben, da waren ja zumindest zwei, manchmal auch drei, in so einer Vier-Mann-Band, die das ähnlich gesehen haben und die sich auch auf diesem Sektor verstanden haben. Und das habe ich extrem vermisst. Glaube ich dir sofort, weil die haben nämlich, also in dieser Zweier-Dreier-Konstellation konnte man so ein bisschen das Klassenfahrtgefühl aufkommen lassen. Okay, wir gegen die da draußen sozusagen, wir ziehen das jetzt irgendwie durch. Du hast dich wirklich wie im Schützengraben gefühlt. Ja, Humor hat auch geholfen. Humor hast du halt gemeint. Aber wenn du halt mit Fans spielst, die halt nicht diesen ironischen Blick auf diese Szenerie, die sich bei so einem Tanzmusikabend halt bietet, haben, dann ist das einfach unfassbar anstrengend. Da wirst du irgendwann so alleine sein. Ja. Und du kommst ja dann vor wie so ein Kaspar Hauser oder wie so ein, ja, als wärst du in einem Land, wo keiner deine Sprache spricht. Also und keiner versteht. Ja, es ist noch ein bisschen anders, weil ich kann jetzt noch nicht mal sagen, dass ich wirklich mit Fans dieser Musik gespielt habe, weil da schon auch ein, die spielen ja jedes Wochenende da und die, mit denen ich jetzt auf der Bühne stand, die sind wirklich die meiste Zeit dieser Wochenenden auch wirklich da. Einer, der diese Band da managt, der ist ja immer da und der ist jetzt auch nicht per se ein Fan davon. Der ist aber Fan davon, überhaupt auf der Bühne zu stehen und das finde ich ein bisschen schwierig. Ich will auch niemandem zu nahe treten, aber man merkt dann halt so als Profi, der auch gerade knapp 100 Auftritte in sechs Wochen Karneval gespielt hat, dann jetzt da hinzukommen und zu merken, das ist für die halt so das Ding. Und da ist halt dann, ich sag mal, in der alten Konstellation waren halt mindestens drei Profis auf der Bühne, die viel dann einfach durch Humor wettgemacht haben, weil das zu spielen ist halt wirklich leicht für unser Eins, so dass man sich dann mal einen Textdreher als Scherz erlaubt hat oder mal ein paar lustige Blicke auf der Bühne waren. In den Pausen war es immer sehr lustig und hier habe ich jetzt durchaus gemerkt, dass gar keine Kapazitäten frei wurden von meinen Mitmusizierenden, um irgendwas lustig zu finden. Also erst am zweiten Abend habe ich mich dann getraut, weil ich furchtbar übermüdet war und bin dann einfach von mir aus sehr, sehr ironisch, sarkastisch lustig geworden, was die beiden Sängerinnen sehr, sehr lustig fanden und dann auch so ein bisschen drauf eingestiegen sind, wo ich halt nochmal gemerkt habe, das ist halt dann der Unterschied zwischen, und gar nicht böse gemeint, zwischen Amateursingerinnen, die es vielleicht immer noch so ein bisschen genießen, auf einer Bühne zu stehen und sich dann auch mal bei einem Lied zeigen zu dürfen, bei einem hohen Ton vielleicht mal anerkennende Blicke zu bekommen oder in der Pause kommt, hat mal jemand gesagt, oh, sie haben ja so toll gesungen und so ein bisschen muss ich dann schon wieder sagen, ich mache die Scheiße halt so lange, wenn ich zur Theke gehe, um mir ein Wasser zu holen, mir sagt einer, oh, sie haben ja so toll gesungen, dann denke ich mittlerweile, ja, ich sage das jetzt ganz organisch, ja, halt dich fest, das ist mein Beruf, danke, ich mache das ja schon lange nicht mehr dafür und erst recht nicht da vor Ort und dann sind sechs Stunden sehr lange, also soweit kann ich einen Einblick geben, ich habe mich so gelangweilt dieses Wochenende, dass ich mir das Keyboard, das eigentlich nur ein Dummy ist, extra mit einem Kabel, mit dem Mischpult verbunden habe, um es auf meine Ohren zu legen, damit ich wenigstens die Herausforderung hatte, jeden Song auf ein drittes Instrument rauszuhören. Da kannst du während den Songs deine eigenen Songs noch ein bisschen nebenbei üben. Nee, ich habe ernsthaft die Songs rausgehört, inklusive, war sehr cool, ich habe einen Tyrus gehabt und ich habe noch nie mit dem Tyrus nicht gearbeitet. Moment, der Tyrus arbeitet doch mit Disketten, oder? Nee, der nicht mehr. Schade, weil sonst hätte ich gesagt, du hättest ja vielleicht irgendein Sudoku-Spiel oder sowas da reinladen können. Nee, ich fand das sogar richtig cool, ich habe da echt mit so, ich habe mich mit dem Keyboard beschäftigt, ich habe geguckt, wie man Layer programmiert, ich habe die Synthesizer versucht nachzubauen, die in den Schlagern drin sind, die sind ja bei jedem Song die gleichen und ich glaube, noch ein Wochenende, dann habe ich die komplette Pop-Schlager-Produktion verstanden und kann dir aus dem FF innerhalb von 10 Minuten so einen Maite Kelly Song bauen. Ja, dann kannst du deinem Kumpel in Andernach die Kundschaft klauen. Ja, genau das ist der Plan. Ja, das ist auf jeden Fall ein schwieriges Wochenende gewesen, vor allem hatte ich das große Vergnügen, dass ich Freitag seit langem Sommer wieder bis zwei gespielt habe, war dann um drei tatsächlich im Bett und bin um acht Uhr schon wieder mit dem Auto nach Köln gefahren, weil ich eine Trauerfeier spielen musste um 11 Uhr und das war wirklich, also so einen Kontrast hatte ich in all den Jahren zuvor noch nicht, dass du bis zwei Uhr Schlager-Discofox spielst für dieses Publikum und bist am nächsten Morgen in Köln in der Kirche und spielst eine Trauerfeier. Warst du da als Mucker engagiert? Ja, ja. Also nicht Mucker, aber also sprich, die wollten nicht Philipp Godard mit seinen Songs, weil der irgendwie ... Es war auch eine Dienstleistung, also die wollten halt spezielle Lieder und ich kann das glücklicherweise, es gibt viele Musiker, die das nicht können, weil die dann zu emotional werden oder da zu nah am Wasser gebaut sind, zum Glück kann ich das ganz gut und finde das auch sehr schön, ehrlich gesagt, wenn man da nochmal so ... Ich werde mich gerade arg zusammenreißen, um keine Witze darüber zu machen, wie in Köln Trauerfeiern musikalisch begangen werden und ich werde jetzt keinen Witz zum Thema Schunkeln machen und keinen Witz zum Thema, wie soll ich sagen, quasi traurige kölsche Lieder. Ähm, ich ... This is a straight face. Ich werde jetzt nichts dazu sagen, weil ich das jetzt tatsächlich im Moment etwas geschmacklos fände, weil, ähm ... Ja, nee. Das kann man so sagen. Könnte ja auch sein, dass die Familie der gestorbenen Person oder so zuhört oder es könnte ja auch sein, dass, äh ... Keine Ahnung. Nee, mach ich jetzt keinen Gag drüber, aber ich wollte euch trotzdem wissen lassen, ich könnte. Geschickt, Johannes. Vielleicht kommt ja bald ... Vielleicht für eine zukünftige Karriere als Gag-Schreiber für ... Kommt Johannes als Gag-Schreiber für ... Kristall. ... keine Ahnung ... Roland Kaiser an Moderation bei seinen Konzerten oder sowas. Ja, Johannes, wie machen wir denn jetzt hier weiter mit unserem Podcast? Wir haben jetzt ungefähr 40 Minuten gesendet. Ähm, ich hab meine Michael-Wendler-News rausgehauen, das ist ganz wichtig. Ihr geht jetzt alle nach Oberhausen am 6.9., das ist auf jeden Fall klar. Ähm, wie wollen wir denn die letzte Folge so final gestalten? Was müssen wir den Leuten noch mit auf den Weg geben? Was wäre denn jetzt noch wichtig, den Leuten dazulassen? Vielleicht, ähm, lass ich mal kurz überlegen. Also, ich glaube, dass der Grund unseres Aufhörens entweder schon zwischen den Zeilen oder auch durch unsere Gespräche selber eigentlich relativ klar ist. Also, sprich, ähm, generelle Übermüdung, Überarbeitung, ja, ist Fakt. Überarbeitung, ähm, in meinem Fall definitiv so überfressen an zu vielen Sachen, die man geil findet. Sprich, ich hab auch, ich selber persönlich hab jetzt beschlossen, mich für den Rest vom Jahr nur noch auf Musik machen zu konzentrieren, was mir schon mehr als genug Anstrengung abverlangt, ehrlich gesagt. Ähm, ich hab also auch, äh, meine Kolumne ist hier, seinen Senf eingestellt aus dem gleichen Grund. Ähm, ist jetzt, ähm, in erster Linie präventiv, würde ich mal sagen. Aber es ist natürlich schon so, äh, dass die Nerven so ein bisschen blank lagen, äh, und das auch schon seit, weiß ich nicht, letztem Sommer irgendwie. Und, äh, es halt nicht besser wurde. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo man da halt mal den Cut machen muss. Und, ähm, lustigerweise hat ja dann letzte, letzte Woche, als wir eigentlich eine Folge machen wollen, wollten, hat ja, hat ja das Schicksal uns da wirklich einen Streich gespielt. Vielleicht, vielleicht fährst du noch mal so letztes Mal den, den Bumper für Aneinanderreihung von Scheiße ab. Oh, der kam jetzt sehr spontan, muss ich kurz suchen. So, weil ich hab ihn hier, er läuft hoffentlich jetzt. Okay, und, äh, also Aneinanderreihung von Scheiße. Denn es war letztlich so, ähm, mal ungeachtet der, der Frage, wie der Rest des Tags verlief oder der Tage verlief, was halt schon extrem anstrengend war, ähm, ist dann tatsächlich, ähm, die letzte Aufzeichnung an einem technischen Problem gescheitert. Und zwar zuerst hatten wir, äh, kein Internet hier. Dann haben wir dann ewig rumprobiert und rumgemacht. Ähm, im Zuge dessen, äh, versucht das Ganze über, ähm, mobiles Netz oder sonst wie irgendwie aufzubauen. Und dann hat halt alles nicht richtig funktioniert. So, und, ähm, dann haben wir währenddessen quasi festgestellt, dass mir Teile des Aufnahmeequipments schlichtweg abgeraucht sind. Die waren dann kaputt. So, ähm, wie beschreibe ich denn jetzt die Stimmung in dem Moment? Ähm, also die Stimmung, die war so kurz vor, kurz vor Rambo 2, würde ich sagen. Also ich hatte so, ähm, also es sind auf jeden Fall schon Sachen, schon, hier sind schon kleinere Sachen geflogen. Sagen wir mal so. So, und, äh, dann hat man sich natürlich auch irgendwann mal auseinandergesetzt. Ähm, Philipp und ich, wir sind dann mal so ein bisschen in uns gegangen und haben halt generell mal so ein bisschen durchreflektiert, ähm, weil das ja ganz, tatsächlich für uns halt ein Spaßprojekt ist. Und ich denke, es ist auch keine, ähm, ist auch kein Geheimnis, dass wir hiervon jetzt nicht reich werden. Also wir haben in der ganzen Disco-Virks-Zeit keinen Cent, ähm, keinen Cent verdient. Ähm. Ähm, und die Frage stellt sich halt, ist es denn, den Stress, wo auch immer der jetzt herkommt und wie auch immer man sich den macht, ist es halt im Moment wert? Und da kam halt auch nach einem längeren, eindringlicheren Gespräch auch raus, eigentlich nicht. Und, ähm, ich glaube, dass ich da nicht nur für mich spreche, sondern, ähm, dass wir halt beide im Moment so unser Paket zu tragen haben. Absolut. Ich glaube, dass Musiker generell relativ gefährdet sind, äh, was, ähm, Probleme mit mentaler Gesundheit betrifft. Das hat zum einen damit zu tun, dass man halt permanent diese gute Laune vorspielen muss, dass man vieles unterdrücken muss, dass man halt nicht wie in der Werkstatt oder auf der Baustelle mal Scheiße brüllen darf, wenn es nicht funktioniert. Ähm. Gleiches gilt für Musiklehrer, also sprich, du bist halt mit Kindern im Kontakt. Ja, voll. Du musst halt, du musst halt eine gewisse Disziplin, äh, an den Tag legen. Ähm, dazu kommen halt, äh, dazu kommt dann halt, dass man nebenbei ja auch noch ein Leben hat und dieses Privatleben sich in den wenigsten Fällen auf das Musikerdasein so einstellt. Ähm, spätestens wenn Nachwuchs im Spiel ist, ist das Thema durch. Dann wird es sehr anstrengend. Und ich hab einfach jetzt auch gemerkt, dass ich so in den letzten Jahren da halt extrem drauf eingezahlt hab. Und ich weiß jetzt noch nicht, wo für mich die Reise hingeht. Ich bin tatsächlich im Moment auch am Überlegen, ob ich, äh, grundsätzlich komplett künstlerisch, in Anführungszeichen, Paradigmenwandel starte. Also, äh, zum Beispiel tatsächlich die Musik an den Nagel hänge und seit nur für ein paar Jahre und mal was komplett anderes mache. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ähm, oder halt eben, sage, hey, mittelfristig lasse ich die Dienstleistungsmusik weg, sofern ich es mir leisten kann. Und, und mach halt nur noch, äh, mach halt, mach halt nur noch die Musik, die, äh, mir letztlich zwar kein Geld bringt, aber Freude. Ähm, übrigens aktueller Stand der Dinge. 4,63 Dollar auf meinem Schlumpfeiskonto. Wir haben also immer noch keine 5 Dollar. Ah, wir haben jetzt April. Die Spotify-Richtlinie hat gegriffen. Das heißt, ich rechne nicht damit, dass ich auch nur einen einzigen Cent bekomme für, ähm, 12 releasete Singles, ein releasetes, ähm, Spotify-Funktionsmusikalbum letztes Jahr. Äh, natürlich. Was echt krass, also muss man auch mal sagen, was echt krass ist. Also, ich meine, ich gebe, ich räume ein, ich räume ein, die Promo war beschissen, aber die war auch, das war Teil des Projekts. Also, sprich, ähm, ich hab mich immer schwer damit getan. Das ist auch eine geile Aussage. Das war Teil des Konzepts. Nein, 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 im Ernst, weil ich, ich tu mich, ich tu mich halt schwer damit. Du weißt, wie es ist, wenn man, wenn man Künstler oder Musiker oder beides, oder, ne, Überschneidung halt hat. Ähm, du lebst in so einer Bubble, wo gerade in Social Media natürlich ein großer Anteil an Künstlern halt, äh, ist. Und du wirst, neben der Werbung, mit der du sowieso schon jeden Tag penetriert wirst im Internet, wirst du ja zusätzlich noch im privaten Kreis, aus dem erweiterten Freundeskreis, aus der, äh, Bubble der Freunde im Social Media, von morgens bis abends nur noch mit Eigenwerbung voll, äh, voll gerotzt, sodass ich beschlossen habe, ich möchte einfach nicht auch noch allen damit offen. Sack gehen. Ähm, wenn Coverband XY mir jetzt, äh, jeden, jeden zweiten Tag schreibt, wo sie als nächstes spielt, ähm, klar, jeder versucht sich so gut wie möglich zu verkaufen. Ich, äh, werfe da halt keinem vor, aber ich habe halt festgestellt, dass ich nicht Teil dieser Welt sein will und auch von meinem Gefühl her nicht Teil dieser, dieser Welt oder Generation oder was auch immer bin und, äh, hab dann beschlossen, dass ich zumindest bei meinen eigenen Songs in der, mit Werbung, keinem auf den Sack gehe. Und dass ich, äh, und dafür bezahle ich jetzt halt gerade die Rechnung, ne? Ist okay, aber komme ich mit klar. Komme ich mit klar. Kommt noch was? Nö. Nö, das war's. Ja, darauf wollte ich gar nicht unbedingt hinaus, aber Johannes hat damit eigentlich alles gesagt und ich kann mich da nur anschließen. Wer mir auf Social Media folgt, der weiß, dass ich super viel um die Ohren hab und kann das alles nur unterschreiben. Das ist sehr viel mit Senden, ähm, verbunden. Das ist sehr viel mit Energie verbunden und wir haben, also ich für meinen Teil hab in den letzten Podcast-Folgen auch gemerkt, dass es mir zwar noch einigermaßen leicht fiel, mir immer irgendwas vorzubereiten, aber die Momente unter der Woche, die ich sonst hatte, um mir irgendwie mal eine Notiz zu machen oder auch die Muße, mir mal eine Notiz zu machen, ah, das wär doch was für den Podcast, vielleicht sogar mal was dann noch extra nachzulesen oder vorzubereiten. Das wurde immer knapper, es wurde immer mehr so, dass wenn wir dienstags aufgezeichnet haben für unsere Folgen, dass ich dann irgendwie vor 17 Uhr dienstags mich eigentlich mit nichts beschäftigt habe, was mit dem Podcast gemacht hat. Ja, Dito. Und das ist halt auch irgendwie nicht cool, das ist Stress für uns, das ist aber auch nachher vielleicht sogar dann, also ich hoffe nicht, dass es so weit gekommen ist, aber wäre vielleicht irgendwann auch dann nicht die Qualität gewesen, die ich gerne hätte schicken wollen. Und zu guter Letzt, es gibt halt natürlich auch eine Million Podcaster draußen, die wir uns ja auch anhören und wo die Leute scheinbar mehr Zeit für haben oder auch einfach mehr Geld dahinter steckt und, und, und. Und es tut uns natürlich in der Seele weh, aber ich sehe das halt auch, bei mir leiden halt sonst andere Punkte gerade darunter und auch für mich wird das kein einfaches Ja. Nicht, weil ich einen Richtungswechsel machen möchte, sondern ich werde halt dieses Jahr wahrscheinlich auch ein bisschen aufpassen müssen, denn bei mir ist im Moment die skurrile Situation einfach die, ich versuche es auch ganz einfach und kurz zu erklären, da ich jetzt als Künstler glücklicherweise das Privileg habe, immer bekannter zu werden, kommt bei mir jetzt so ein Vakuum-Jahr, nenne ich das mal, denn ich werde jetzt überall auf Social Media als echter Künstler wahrgenommen, jetzt bekomme ich aber auf einmal keine Anfragen mehr, die mir die letzten zwei Jahre nach Corona die Butter aufs Brot gebracht haben, nämlich die mich als Solist mit meinem Namen gebucht haben, um einfach auch irgendwo zum Beispiel kölsche Cover-Songs zu spielen oder generell Cover-Songs zu spielen. Das ist halt normal, wenn man sich halt ein spitzeres Profil als Künstler gibt, also die Leute jetzt auf meinem Social Media das sehen, was ich ja auch sein will und wo ich ja auch wirklich hin möchte, nämlich mit meinen eigenen Titeln aufzutreten, besteht für mich einfach dieses Jahr die Gefahr, dass ich den Sommer über nicht spielen werde, wenn ich nicht wieder Jobs mache, wie jetzt am vergangenen Wochenende, die nichts mit meiner Kunst zu tun haben, sondern einfach wieder stupide Dienstleistungen. Und mir ist halt völlig klar, wenn das dieses Jahr so laufen wird, dann habe ich halt jetzt schon die Doppelbelastung, dass ich wieder sehr zeitintensive, weit entfernte und nicht ganz gut bezahlte Auftritte machen muss, um einfach meinen Lebensunterhalt zu verdienen, gleichzeitig aber am Laufen bleiben muss, um mein Künstler-Dasein auch nicht zu vernachlässigen, denn das frisst jetzt viel Zeit, diese weit entfernten Jobs. Das ganze Wochenende ist sehr anstrengend, man steht sehr, sehr lange auf der Bühne. Die Zeit fehlt mir natürlich auch im Studio, um weiter kreativ arbeiten zu können. Wenn ihr mir folgt, seht ihr auch, dass ich im Studio immer mehr Kundschaft habe, die ich hier auch zum Geldverdienen mache. Und das macht alles irgendwie auch Spaß, aber es ist halt einfach in der Summe zu viel. Und das ist dann halt eine Sache, wo Johannes und ich dann eben beide einfach letzte Woche dieses eindringliche Gespräch aus dieser witzigen Technikpanne heraus genutzt haben und eigentlich so festgestellt haben, irgendwie sind wir beide gerade an einem Punkt, wo das halt, und das ist der entscheidende Satz, wir haben das ja während Corona aus Spaß angefangen, weil wir beide viel mehr Zeit hatten, weil die Gigs weggebrochen sind, weil wir beide auch ein neues kreatives Betätigungsfeld gebraucht haben. Ja, wir waren auch einfach so ein bisschen geil auf Attention. Genau. Und das ist jetzt halt gerade nicht mehr so und dann finde ich es auch vollkommen legitim, dann aufzuhören, wenn wir das nicht mehr aus dem Grund machen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Wir machen das hier, wie Johannes gesagt hat, nicht, weil wir Millionen verdienen, sondern aus Spaß. Und wenn der Spaß dann irgendwann in so einen Druck und Stress kippt, dann sehe ich das auch so, dass es halt dann für keinen mehr Spaß macht und langfristig auch für euch nicht. Und ich sage es auch gerne nochmal, es ist ein bisschen Klischee, aber es ist ja wirklich so, wir sagen jetzt auch nicht, wir werden nie wieder einen Podcast machen und wir werden mit Sicherheit auch nicht sagen, wir machen nie wieder irgendein Projekt zusammen oder so. Also was uns ganz wichtig ist, die Folgen bleiben alle online. Ihr könnt ihr also, wenn ihr neu dazugestoßen seid, ihr könnt gerne alle alten Folgen erstmal in Ruhe hören. Ihr könnt jederzeit eure Lieblingsfolgen nochmal hören. Ihr könnt uns weiter auf allen Kanälen folgen, also auch auf unseren privaten Accounts. Und wenn ihr wissen wollt, wie es jetzt bei uns so weitergeht, ob Johannes einen Cut macht, ob Johannes sein erstes Buch rausbringt, ob Johannes auf einmal Aquarelle auf die Karte verkauft. Ich wollte eigentlich Pornos drehen. Oder Pornos dreht. Also all das könnt ihr natürlich weiter verfolgen. Und wer weiß, vielleicht kommen wir mit einem völlig bescheuerten Projekt oder einem anderen Podcast definitiv wieder zurück. Wir haben uns für den Abschluss dieser Folge, damit wir nicht mit dieser Erklärung so traurig ins Leere Tschüss und Goodbye sagen, haben wir uns, das muss ich mal gerade mit Johannes ein bisschen spontan absprechen, weil wir haben nichts vorbereitet. Nö. Haben aber zwei Ideen. Jetzt ist die Frage, wir sind jetzt bei ungefähr 53 Minuten. Wir wollen euch ja nicht total überfordern, mir ist es aber auch relativ egal. Wollen wir das eine machen oder das andere oder wollen wir beide machen? Also die Empfehlungen oder die Verschwörungstheorien? Also ich bin dafür, dass wir, lass uns, ich würde gerne auch mit einem Fünfer-Ranking hier raus sliden. Ja, also genau. Ein Fünfer-Ranking bekommt ihr so oder so, aber spontan, weil wir haben es nicht vorbereitet. Genau. Ich fahre einfach schon mal den Bumper an der Stelle ab und selbst wenn wir jetzt zwei Fünfer-Rankings draus machen, ist das scheißegal. Dann ist es halt ein Zehner-Ranking oder ein Doppelfünfer-Ranking oder was auch immer. Hier kommt auf jeden Fall zum letzten Mal, bevor wir in den Äther verschwinden und ihr noch die alten Fünfer-Rankings hören könnt, eure Lieblingsrubrik, nämlich unser Fünfer-Ranking. Fünfer-Ranking Gut. Soll ich da mal erklären? Also ich erkläre jetzt mal die Idee. Und zwar, wir waren ja jetzt relativ transparent mit unserem Ende des Podcasts und dennoch gibt es natürlich Verschwörungstheorien. Also als wir den Wunsch aufzuhören, halt auch in der Öffentlichkeit gedroppt haben, gab es, wie schon eingangs erwähnt, meist sehr freundliche und sehr wohlwollende Mails, für die wir uns auch nochmal bedanken. Die haben uns auch sehr gerührt. Aber natürlich hat sich die Gilde der Verschwörungstheoretiker, hat sich auch reingelassen. Die Wendler ist da draußen. Genau, so. Und jetzt ist natürlich die Überlegung, ich würde sagen, die fünf wahrscheinlichsten Verschwörungstheorien, warum Disco-Firks wirklich jetzt zu Ende geht. Ich fange mal an. Auf Platz fünf würde ich sagen, gib mir eine Sekunde, auf Platz fünf, ich packe pur auf Platz fünf. Und zwar, die Verschwörungstheorie Platz fünf ist, dass Philipp und ich jetzt als maskierte Statisten im Poor Musical in Düsseldorf arbeiten. Okay, das ist ein sehr schöner Punkt. Willst du das noch ein bisschen ausschmücken? Naja, also pass auf, ist eigentlich ganz einfach. Hartmut Engler, der große Hartmut Engler, hat halt gedacht, er holt sich die Feinde besser in das Haus und bezahlt sie, als dass er sich ständig mit denen battelt und hat dann halt eben beschlossen, uns einen Job zu geben. Und nachdem er halt herausgefunden hat, wie viel wir mit dem Podcast letztlich verdienen, konnte er uns natürlich auch für einen Apfel und ein Stück Brot hinterm Herd hervorlocken. Und jetzt spielen wir halt so für 13,70 Euro pro Abend im Poor Musical in Düsseldorf. Aber wir kriegen auch freies Essen. Also 13,70 Euro, freies Essen und ein alkoholisches Getränk. Immerhin. Genau, immerhin. Ein alkoholisches Getränk. Und ja, wir sind jetzt quasi so im Hintergrund beim Poor Musical. Wir dürfen jetzt nicht so viel über die Handlung droppen, weil das ist natürlich alles streng geheim. Aber ich sage mal so viel, wir mussten Disco-Fox tanzen lernen und sind jetzt da als Poor Tänzer quasi eingespannt. Also mein Platz 5, Poor Musical, Festeinstellung. Klingt sehr, sehr gut. Ja, ich habe auch eine Theorie, warum der Podcast eigentlich aufhört. Und zwar liegt es natürlich daran, dass Johannes und ich in der Zwischenzeit, weil wir hier so wenig Geld bekommen haben, haben in Wahrheit wir, für Michael Wendler, die Songs fürs Album geschrieben und produziert. Und auch wenn er gerade großsprünglich ankündigt, am 6.9. in Oberhausen zu spielen, sind wir alle auf einer Fahndungsliste vom BKA und müssen jetzt ganz, ganz, ganz dringend in den Untergrund. Deswegen ist das unsere letzte Folge. Wir sind jetzt auch in Berlin, in Berlin sind so ein paar Bauwagen frei geworden. Da können wir jetzt rein. Wir werden uns irgendwo wahrscheinlich, also ich sage mal grob Kreuzberg, Prenzlauer Berg in der Ecke, werden wir uns irgendwo aufhalten. Aber psch. Gut, aber hört auch keiner. Deswegen, also wir müssen in den Untergrund, wenn ihr die Folge hört, sind wir schon lange weg, haben neue Namen und so. Wir haben uns bei Deiters hier im Karnevalsbedarf, haben wir uns so Brillen mit einer falschen Nase und einem Schnurrbart besorgt. Also quasi das Henning-Krautmacher-Paket. Nee, Horst Lichter, eigentlich mit der Brille. Wir haben uns das Horst-Lichter-Paket. Eigentlich hast du mir das Stichwort für meinen vierten Platz geliefert. Oh, verdammt. Gut, dann bringe ich mal. Eine weitere Theorie besagt nämlich, dass Henning Krautmacher vom Amtsgericht Köln eine Unterlassungsklage erwirkt hat gegen den Podcast, weil du viel zu oft seinen Namen und schlechtes Kölsch in diesem Podcast gesprochen hast. Und Schnurrbärte. Und Schnurrbärte. Deswegen hat das Amtsgericht Köln erlassen, dass wir nicht weiter senden dürfen. Gut, Auslöser, das ist sehr gut. Auslöser war eine Szene, ich blende die gerade noch mal kurz ein. Und zwar ging es darum, wir haben Henning Krautmacher ASMR gemacht. Und hier ist noch mal ein Ausschnitt, hier ist noch mal die Szene. Lecker Söpchen. Das war halt die auslösende Szene für die Klage. Es tut uns sehr leid. Die spätestens jetzt wahrscheinlich wirklich kommt. Das tut uns wirklich leid. Wir dürfen einfach nicht mehr senden. Das ist der Grund um meinen Platz 4. Wie ist dein Platz 4, Johannes? Mein Platz 4 ist natürlich ganz klar, aus welcher Ecke der kommt. Nämlich von den Skorpions. Was soll ich sagen? Also ich sag mal, diejenigen, die jetzt neu hinzugestiegen sind. So in den letzten 10, 12, 15 Folgen. Vielleicht hört euch nochmal die alten Sachen an. Wir haben uns lang mit dieser Kapelle befasst. Kapelle, schön. Wir haben uns lang mit den Skorpions befasst. Die Skorpions haben von uns einen eigenen Bumper bekommen. Wir haben Rudolf Schenkers Biografie zerlegt, bis ins kleinste Detail. Und ja, die Skorpions sind halt sauer. Und wir haben uns jetzt halt gütlich geeinigt. Deswegen ist mein Haus auch bezahlt. Und können jetzt halt aufhören. Das war einfach so unverschämt viel Kohle. Wir brauchen das jetzt nicht mehr machen. Genau. Wir sind jetzt raus. Aber entgegen einer anderen Verschwörungstheorie, die später nochmal kommt, spielen wir da nicht mit. Okay, kommen wir zu meinem Grund Nummer 3, warum wir in Wirklichkeit aufhören. Wir haben ja einmal in der Podcast-Folge angekündigt, dass wir uns, nachdem wir mit den Skorpions soweit durch waren und vielleicht diese gütliche Einigung dann zwischen den Skorpions und uns erwirkt werden konnte, haben wir angekündigt, uns mit Doro Pesch als nächstes auseinanderzusetzen. Und während der Recherchen zu Doro Pesch kam es halt zum Äußersten. Ich habe mich da richtig reingekniet. Ich habe mich richtig intensiv mit Doro Pesch, mit ihrer Musik, mit ihrer Biografie und letztlich auch mit ihrer Person auseinandergesetzt. Und wir haben uns natürlich dann auch das eine oder andere Mal getroffen und kennengelernt. Und was wir euch verschwiegen haben ist, ich bin schon längst wieder geschieden und im Sommer heirate ich Doro Pesch. Du bist jetzt Doro Peschs Fuckboy. Du bist Doro Peschs Tom Kaulitz. Genau. Deswegen haben wir nie ein schlechtes Wort über sie dann gebracht, weil ich habe das dann alles eingestampft, weil ich mich Hals über Kopf natürlich in Doro Pesch verliebt habe und deswegen jetzt aufhören muss, weil Doro Pesch gesagt hat, ja, lass das mal mit dem Quatsch. Das bringt mir höchstens sowas sagen wie, hey, lass es doch mal sein. Schade, ich bin kein guter Doro Pesch-Imitator und in dieser Folge werde ich nicht mehr werden. Mein Platz drei. Lass mich kurz überlegen. Ich schlitter gerade. Oh ja, mein Platz drei. Okay, und zwar, wir bleiben bei den Scorpions und zwar hat sich herausgestellt, dass der Zahn der Zeit doch mächtig an der Band genagt hat und die Band, die dieses Jahr auch auf Wacken Headliner sein wird, Moment, Moment, Moment. So, ich muss nur gerade einen Schluck Kotze wieder runterschlucken. Aber diese Band braucht natürlich, wie soll ich sagen, Frischfleisch. Die haben gesagt, wir brauchen richtig blutjunge Typen. Richtig blutjung. 45 ist super. Und also die dürfen dann bei uns quasi hinter der Bühne dürfen die Ghost-Gitarre spielen. Wir werden jetzt quasi die Ghost-Gitarristen der Scorpions. Mega. Wir sitzen da mit zwei, wie hast du, wie nennst du das schon, mit Söldner-Besteck, mit Soldaten-Besteck, also sprich Camper-Amp und PAS-Gitarre. Zu teuer. Naja, nee, P-A-S-S-E. Ah, oh, ja, das ist gut. Ja, 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 so, also ein richtiges, richtiges Söldner-Besteck und prügeln, prügeln Rocky-Huriken raus. Ist auch mal auch der hellste Stimmung. Genau, damit, damit, damit Onkel, Onkel Rudolf vorne noch mal so richtig schön breitbeinig die Fleigen wie über den Boden schleifen kann. Der macht nur noch Power-Cords. Nee, der macht schon immer nur Power-Cords. Das stimmt leider. Aber ist ja okay. Plausibler Grund, finde ich. Ja. Könnte genauso sein. Dein Platz zwei. Mein Platz zwei hat ausnahmsweise nichts mit Inhalten unseres Podcasts zu tun, aber ich bin so natürlich in der breiten Öffentlichkeit so ein bisschen bewusst geworden. Und ich sag mal so, im Zuge der erstarkenden Rechten in der Rechten hat sich mein Nachname so ein bisschen zum Problem entwickelt. Und da ich Philipp Godard heiße, hat die AfD mir jetzt einen Brief geschrieben, dass ich re-migriert werde nach Frankreich. Und ich muss in so ein Arbeitslager, aber nicht direkt nach Frankreich, sondern in einen französischsprachigen Teil Afrikas. Und da werde ich halt leider kein Internet haben, um weiter... Nee, da habe ich schon gespielt in Tunesien. Das ist mein Platz zwei. Ich muss aus dem Migrationsgründen leider jetzt schon vorzeitig... Ich muss in Tunesien in einem Club Aldiana spielen. Tut mir leid, Leute. Ich kann es nicht ändern. Das ist mein Punkt zwei. Gut, mein Platz zwei. Lass mal überlegen. Meine Verschwörungstheorie Nummer zwei bezieht sich auf einen unserer Gäste. Und zwar glaube ich, dass der liebe Marci uns quasi den Podcast abgekauft hat, weil seine exorbitant große Fülle an lustigem Wissen und Geschichten damals so die Folge gesprengt hat, dass wir mal vielleicht drei Prozent davon oder so abrufen konnten, was mir bis heute sehr leid tut, weil es halt jetzt keine zweite geben wird. Aber doch, würdet schon, weil er wird den Podcast wieder rausbringen. Weil ich habe auch noch eine Schublade voll Buttons und Postkarten. Und die kriegt er dann geschenkt. Ja, mega. Er übernimmt quasi den Sendeplatz. Genau, übernimmt den Podcast. Der Podcast wird annektiert. Ja, ist doch super. Könnt ihr einfach dranbleiben. Jeden Freitag eine neue Folge. Nur anders. Genau, nur anders. Ist ein bisschen wie Puff Puffs Happy Hour mit Till Reinders. Stimmt. So, so in die Richtung geht das. Ey, Marci, toi, toi, toi. Gut, kommen wir zu meinem wahrscheinlichsten Grund, warum der Podcast beendet werden musste. Ihr habt ja ja mitbekommen, ich bin ja kein Zivilist mehr. Ich bin eingezogen worden. Von der Prinzengarde Köln. Ich bin seit Januar, bin ich Ehrenleutnant der Prinzengarde in Köln. Und wenn ihr ein bisschen Nachrichten hört, ihr wisst ja, was gerade los ist da draußen in der Welt. Ich habe jetzt meine Einberufung bekommen. Ich muss jetzt natürlich, das hätte ich nie gedacht, dass das mal passiert. Ich als alter Wehrdienst, Kriegsdienstverweigerer. Aber ich muss an die Front. Ich sage es, wie es ist. Ich habe jetzt am Wochenende eine Taurus-Schulung in Berlin bei Pistorius und dann fahre ich schon übernächstes Wochenende. Also wir haben so eine Intensivschulung, fünf Tage. Und dann geht es mit den Kameraden in die Ukraine. Das ist ganz klar. Naja gut, dazu fällt mir ja wirklich auch nur ein aufbauender Satz ein, den ein großer Kölner Philosoph seinerzeit ausgesprochen hat. Denn wenn da Trömmelsche geht, dann schießen wir alle dort. Genau so war es. Ja, es tut mir leid. Ich wünsche, das wäre anders. Aber ich sage mal, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Genau. Oh Gott, wie böse. Ja, ich habe als wahrscheinlichsten Grund, warum DiscoFox aufhört, habe ich ... Wie formuliere ich denn das jetzt aus? Lass mich mal kurz überlegen. Ich bin, also ich bin jetzt wieder in Köln. Ich habe Ardenforschung betrieben und habe festgestellt, dass ich urkölsche Wurzeln habe. Und die Interessensfrage vom Krautmacher sagt was anderes. Mein komplettes Humorkonstrukt ist zusammengebrochen. Ich bin in einer essentiellen Krise. Also ich, weißt du, ich habe nicht nur festgestellt bei der Ardenforschung, dass meine Familie Urkölsch ist, sondern auch noch, dass ich gemeinsame Vorfahren mit Mitgliedern der Skorpions habe. Boah. Ja, so, das heißt, wie soll ich sagen, man nannte mich jetzt Nestbeschmutzer und ich muss mir jetzt erst mal Gedanken machen, wo ich so stehe. Also, ich arbeite im Moment am Wachstum eines Schnurrbards und arbeite mich in die Kunst des Sechs-Achteltags so ein bisschen rein. Und ich werde jetzt nächstes Jahr meine erste Schunkelplatte rausbringen. Eine ganze Schunkel mit Johannes. Ja, gut. Und lass mich überlegen, wie werde ich die Schunkelplatte nennen? Lass mich überlegen. Irgendwas auf Kölsch natürlich. Links, rechts, scheiße, ja. Das ist schon nett. Super, oder? Scheiße, wir müssen eigentlich weitermachen, damit wir den Song rausbringen. Links, rechts, scheiße, ja. Links, rechts, scheiße, ja. Ich dachte nur, hier unten kommt die Gurke rein am Arsch. Also, Schunkelwalzer schreiben kann ich. Links, die größte, ne, Moment, lass mich überlegen. Ich versuche gerade irgendwas mit dem größten Schwein. Links, rechts, scheiße, ja. Alle machen mit. Links, rechts, scheiße, ja. Wow, das ist ne Kölsche Hit. Genau. Siehste. Und dann ist der Unterschied zwischen dir als Kölschkünstler, der jetzt gesungen hat, das ist ne Kölsche Hit. Und ich war schon im Gedanken bei Begreifen in den Schritt. Ja. Ich hab in der Tat, glaube ich, einfach ne zu zynische Wurzel für deine Stadt. Ja, du kannst nur im Mallorca-Umfeld überlegen. Nee, auch nicht, auch nicht, auch nicht, nee. Gar nicht. Überhaupt nicht. Also, für den Mallorca-Umfeld bin ich zu boshaft. Wer weiß, vielleicht ist ja Add-on der Grund, warum wir aufhören auch, dass wir beide schon längst einen Vertrag am Bierkönig unterschrieben haben, weil wir hier so viele brandheiße Songideen gedroppt haben im Verlauf der 103 Folgen, dass Icke-Hüftgold jetzt vom Fleck weg engagiert hat. Icke-Hüftgold hat die alle gekauft. Ja. Und wir müssen jetzt da drunter machen jetzt auf Heinz Strunk und versuchen jetzt unser Glück am Ballermann oder am Goldstrand. Balneario. Nee, Balenario. Fände ich gut. Hat doch was. Ich weiß es nicht. Also, ich, ähm... Haltet Ausschau, ne? Also, wenn Icke-Hüftgold, ich würde jetzt sofort mal auf Insta gehen und Icke-Hüftgold folgen, da kommt bald eine kleine Sensation. So viel kann ich euch versprechen. Gut, aber wenn du im Internet Icke-Hüftgold folgst, dann kommt ja immer bald eine kleine Sensation. Manchmal auch eine große. Wow. Wenn du an dir reißt, wird sie richtig groß. Oh Gott, oh Gott. Schön, wenn man mal so ohne Druck die ganzen Pimmelwitze rauslässt. Ich glaube, so fühlt sich dann tatsächlich Maik Krüger und Thomas Gottschalk im Guten an. Die müssen jetzt noch einmal abgemolken werden, die ganzen Pimmelwitze, die die nächsten Wochen nicht rauskönnen. Ja, ich muss mir auch, ich such mir tatsächlich ein Pimmelwitzventil. Wäre schon ein schöner Folgenname. Wenn jemand freiwillig Lust hat, uns zu helfen, um jetzt so ein bisschen so ein Cold Turkey zu machen, könnt ihr uns gerne schreiben unter info-at-disco-efo-ex.de, wenn ihr euch freiwillig als unser Pimmelwitz-Absorber zur Verfügung stellen wollt. Also ich könnte vorschlagen, wir machen freitags ein Telefondate aus. Johannes und ich rufen bei euch an und machen einfach nur Pimmelwitze. Ich stelle mir das dann so vor. Ich stelle mir das dann so vor. Moment. Moment, Moment. Wir können das ja eigentlich ganz gut simulieren. Ich hole jetzt mal mein Handy hervor. Moment, ich bin mal ganz transparent. Ich rufe dich jetzt mal an. Moment. Moment. Wenn ihr sehen könnt, wie Johannes da tippt, ist so ein Boomer, so ein Riesenfinger. Moment. Oh, es klingelt. Wer mag das sein? Hallo Johannes. Ähm, hallo Philipp. Bin ich da richtig bei der Hotline für die Pimmelwitz-Absorber? Ja. Ja. Pimmelwitze sind mein Metier. Schieß los. Gestern wurde ein Penis verhaftet. Zum Glück hat er gleich gestanden. Wo nimmst du nur diese Jokes her? Das ist denklich. Gell, nicht wahr? Gestern, weil, wir machen drei Vaginas in der Einkaufspassage. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Suchen Schlecker. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Soll ich nicht sagen? Tschüss. Tschüss. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie das nachher in der Aufnahme klingt. Das klingt total scheiße, aber es wird super. Also ihr seht, auch bei uns entsteht ein großes Loch durch diesen Podcast, dass es jetzt zu füllen gilt. Ja, aber was sollen wir noch dazu sagen? Wir können eigentlich nicht viel sagen, außer uns zu wiederholen und sagen, ey, vielen, vielen Dank für 103 Folgen. Vielen Dank vor allem an all diejenigen, die uns von Anfang an gehört haben, die... 104. 104. Es gibt, es gibt noch ein Special. Es gibt ein Special. Ja, 104. Aus der Bumsbude. Sei euch hier nochmal ans Herz gelegt. Guckt euch das Special aus der Bumsbude an. Genau, findet ihr auf YouTube. Das ist sogar ein Video. Überhaupt, es gibt da von Anfang noch ganz viele Videos, wenn ihr erst in der Zwischenzeit dazu gestoßen seid. Also wir haben eine Menge Spuren im Netz hinterlassen. Es gibt auch unsere Playlist immer noch auf Spotify. Da könnt ihr euch immer noch reinhören von der ersten Folge. Ich habe da auf jeden Fall geschafft, dass mein englischsprachiger Arbeitgeber eine Schule noch keinen Wind von den Pimmelwitzen gekriegt hat, sodass ich meinen Job noch habe. Hätte ich nicht gedacht, dass das 103 Folgen lang gut geht. Ich bin vielleicht auch einfach nur dafür, dass wir entweder eine sehr spitze Zielgruppe haben oder einfach verdammt wenig ZuhörerInnen. Unsere Zielgruppe ist spitz. Die ist so spitz. Wie Nachbarslumpi. Ihr kleinen Ratten, ihr da draußen. Ihr geilen Ratten. Ja, was bleibt mir sonst noch zu sagen am Ende? Wie gesagt, danke. Es hat fast immer Spaß gemacht. Genau. So hätte ich dir jetzt auch gesagt. Ist auch ehrlich und transparent. Aber es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung bis hierhin. War ja auch mein erster Podcast und Johannes' erster Podcast. Das hat echt Bock gemacht, sich da mal so ein bisschen mit zu beschäftigen. Ich bin auch stolz darauf, dass wir jetzt das irgendwie da draußen haben. Also wenn ihr echt noch nicht gemacht habt, hört die Folgen. Es ist genug Material dabei, was man jetzt nicht immer nur im wöchentlichen Kontext mit den Tagesabteilten zu machen muss. Ich bin echt mal gespannt, wie gut das Zeug altert. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Problem der Sache generell. Wird sich so in den nächsten zehn Jahren zeigen, denke ich, wie gut das Zeug altert. Und wie gesagt, folgt uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf unseren sonstigen Plattformen. Der Rest bleibt natürlich auch noch online. Wer weiß, vielleicht kommen wir ja auch in Belge schon wieder auf eine verrückte Idee und sind mit irgendwas anderem wieder am Start. Oder machen wieder Podcast oder keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Das ist jetzt erstmal ein Abschied. Das ist so, ich würde sagen, wie immer so ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich möchte aber gerne schließen mit einer ganz, ganz tollen Info. Du möchtest mit einer tollen Info schließen? Kommt jetzt noch eine Bombe, die du hier rauslässt. Denn in der Zwischenzeit hat der Wendler was gepostet. Wer die hier aufgezeichnet haben? Nein! Doch! Brandaktuell Hot Take. Komm, den hauen wir noch raus. Michael Wendler schreibt im Netz. Die Sensation ist perfekt. Wendler kommt doch nach Oberhausen und zwar in sein altes Wohnzimmer. Arena Oberhausen, in Klammern Rudolf-Weber-Arena. Jetzt kommt's. In den vergangenen Monaten wurde mit Zensur und Hetze versucht, die Rückkehr des Königs zu verhindern. Nein! Doch! Ist das nicht Tolkien? Ja, das ist doch der dritte Teil von Herrn der Linge. Absatz. Doch, Capital Letters. Michael Wendler, wieder kleingeschrieben. Der wie kein anderer Schlagersänger sich in den letzten Jahren für Meinungsfreiheit und Grundrechte eingesetzt hat, lässt sich nicht unterkriegen. Dieses Konzert wird, Capital Letters, legendär. Wieder kleingeschrieben. Und mit vielen neuen und alten Hits ein absolutes Highlight 2025. Ab Freitag startet der Ticketverkauf. Sei dabei. Also ich hab mich eben sogar vertan. Es ist manchmal der 6. September diesen Jahres, sondern 2025. Neue Theorie. Ich glaube, da sind seine Steuerschulden einfach verheiratet und er kann wieder einreisen. Oder, ich glaube, wie ist das mit einer Privatinsolvenz? Dann hast du sechs Jahre, ne? Sechs Jahre und dann, ja, könnte sein. Könnte, könnte echt hinaus. In jedem Fall, Brand aktuell hat er gerade erst vor eineinhalb Stunden auf seiner Social-Media-Plattform gepostet. Also da könnt ihr euch richtig doll drauf freuen. Und damit ist der Abschied doch nur halb so schwer. Ihr kauft einfach Tickets für mich. Vielleicht sieht man sich da. Vielleicht. Also ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber... Ich auch nicht. Ja. In diesem Sinne... Machen wir den Sack zu? Ne, gar nicht in diesem Sinne. In ganz gegenteiligen Sinne. Ja, ist immer schwer. Wir machen es jetzt einfach wie eine normale Folge. Habt eine fantastische Woche. Wir hören uns nächsten Freitag. Vielleicht in Form einer alten Folge wieder, wenn ihr den möchtet. Spielt eure Rituale einfach so lange, wie ihr könnt und wie ihr wollt. Wenn ihr tolle neue Podcast-Ideen haben wollt, fragt euren Spotify-Algorithmus. Genau. Vielleicht können wir noch ein, zwei jungen Talenten, die gerade so ein bisschen am Anfang der Karriere stehen, ein bisschen Hilfestellung leisten. Ja, so Independent-Podcasts. Fest und Flauschig zum Beispiel ist ein ganz toller Podcast. Zwei jungen Künstler, die... Sehr outstanding, ja. Ja, also die geben sich wirklich Mühe. Neues Konzept. Ich glaube, wenn die so weitermachen, wird das auch was. Ja, ich glaube, da wird man noch einiges hören. Die haben uns halt ein Fünfer-Ranking geklaut. Ja. Da war ich immer schon so ein bisschen sauer drüber. Und auch so ein paar Sachen wie die Kategorien teilweise. Aber wer kann es denen verdenken? Ja. Ihr habt von den Besten gelernt. Eben. Aber hört da mal rein. Das ist auf jeden Fall... Die geben sich wirklich viel Mühe. Das muss man sagen. Mhm. Auf jeden Fall. Da wird mal richtig... Kann richtig was draus werden, wenn die dran sind. Ansonsten gibt es einen schönen Kinder-Podcast. Der ist sehr gut für sehr junge ZuhörerInnen unter euch geeignet. Das sind zwei... Man merkt es auch an den Vornamen. Es sind zwei Kinder, die den Podcast machen. Der eine heißt Tommy. Und der andere heißt Felix. Und die machen so... Ja... Die erklären so Sachen. So viele Begriffe. Ah, so mit Klamotten. Klamotten. Reisen. So ganz viele Dinge. Einfach mit den Kinderaugen die Welt sehen. So gar keine Probleme. Die machen viel so Klamotten auch. Ja, ja, genau. Also da könnt ihr auch mal rein. Das ist ein ganz, ganz zweiter Podcast für die ganze Familie. Wenn ihr uns immer mit den Kids gehört habt, dann wäre das vielleicht eine schöne Sache. Wie heißt der noch? Die Lehrerkinder. Nee, wie hieß der noch? Hackfresse. Nee. Hackfressen. Ich weiß. Googelt einfach mal Tommy und Felix. Ist so wie Tommy und Annika bei Pipi Langstrumpf. Verfickter Dreck. Nee, auch nix. Ihr werdet's finden. Ihr werdet's finden. Wir wollen jetzt nicht noch mit einer einstweiligen Verfügung hier aus dem Ding rausgehen. Wobei, das gäbe uns ja eine gewisse Bedeutung. Wer, wer doch, wir kämen doch recht. Nein, wir machen ja Scheiße. Okay. Okay. Wenn ihr uns eine Abfindung zahlt. Das wäre, das hätten wir uns eigentlich zum Ziel setzen müssen für die letzte Folge. Eine so barbarische Folge, wo wir nicht sagen, dass wir aufhören. Die so krass Leute irgendwie Profis fettig macht, dass wir eine Unterlassungsklage kriegen. Nee, ich würde mir ja eher eine außergerichtliche Einigung mit Schmiergeld. Auch nicht schlecht, ja. Ja, finde ich immer, Schmiergeld ist immer besser. Oh, noch eine Theorie, warum der Podcast aufhört. Die Abou-Shakkas haben uns weggekauft, weil wir zu krasse Konkurrenz für die Faschischis sind. Deshalb wächst auch gerade, ich mach nochmal ASMR. Wächst, wie soll ich nennen? Nein, also in meinem Gesicht wächst gerade mein kleiner, ich wollte eigentlich gerade meinen kleinen Pierre Vogel nennen. Ach komm, besser wird's nicht mehr. Ach komm, besser wird's nicht mehr. Ihr Lieben, macht's gut, weint nicht zu sehr. Wir weinen jetzt auch ein kleines bisschen und dann machen wir alle weiter. Und irgendwie bei irgendeiner Gelegenheit sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Wir sagen nochmal danke, macht's gut, habt viel Spaß, tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Haltet uns in Ehren und sehr, sehr gerne bis ein andermal, in welcher Form auch immer. Wir danken euch und sagen tschüss zusammen. Johannes, hast du noch letzte schlaue Worte? Das ist jetzt die letzte Gelegenheit. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, hätten wir besser gemacht. In diesem Sinne, macht's gut und tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.